Herzlich Willkommen bei Elektro Brühlmann in Oster. Wir sind Ihr zuverlässiger, schneller und flexibler Partner für Elektro-Dienstleistungen aller Art. Seit 1979 arbeiten 5 bis 6 Angestellte und Lehrlinge unter der Leitung von Markus Brühlmann in verschiedenen Bereichen wie Elektro-, Telefon- und Netzwerkinstallationen. Elektro-Brühlmann ist ebenfalls spezialisiert auf Solaranlagen, Alarmanlagen sowie Türsprech- und Türvideoanlagen. Kompetente Beratung und fachmännische Installation erhalten Sie aus einer Hand. Wir sind schnell und professionell. Das stellen wir Ihnen gerne unter Beweis. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020